Hallo. Hallo. Cool. Guten Abend. Ich glaub heute läuft's bei mir. Ich glaube nicht. Hab ich ne Cola, hab ich ne Sprite? Ich hab keine Ahnung worum es geht, aber ich will jetzt mal sagen, ich glaube nicht. Ich hab nen Typen. Hier. Du findest immer deine Typen. Kannst du mir mal die Steuerung erzählen? Ich bin tot. Warum, was hat der Junge gemacht? Da hat einer uns erschossen, Alter. Oh, ich hab einen. Hallo. Du findest jedes Mal Leute. Ich bin's nicht. Guten Tag. Ich hab ne SKS. Ich hab ne SKS. Oh mein Gott. Jonas? Na? Hier ist irgendein, irgendein Haus. Hier steht Wien Betmacht. Im Supermarkt oder so. Wien Betmacht. Oh mein Gott. Hier sind drei Statuen. Drei Statuen. Hier ist ein Marktplatz. Hier sind drei Statuen. Drei Männer mit Gewehren. Und die so, so jubeln. Weißt du wo das ist? Hast du hier schon wen gesehen? Nein. Oder bist du hier allein? Ich bin alleine gerade. Okay. Ja, ich bin allein. Ich hab gerade einen gesehen, ja. Ich bin gerade gefraut. Eine Frage. Ein Lockpick. Mach ruhig kurz. In der Feuerwehrstation. Der hatte genau dafür das. Oh, okay. Okay. Ja, na, ist irgendwie. Hat einmal geklappt. Und wo willst du jetzt hin? Weiß ich nicht. Guck mal, ich denk ich hier gleich auf. Ah, okay. Okay dann. Ciao. Hier hab ich immer ne Trumpet zu. Ja. Ciao, viel Spaß noch. Sieht ja richtig geil aus. Hallo. Alter, ich hab grad das Profil auf Steam. Kannst du was bei der Klasse gefunden? Oh mein Gott. Ein Zombie. Er will mich zu töten. Kannst du mir helfen? Also Jonas. Kannst du mir helfen? Also Jonas. Was hast du nochmal gesagt? Zum Lockpick. Das ist so ein Schlüssel. Warte mal. Ich hab grad einen Typen, der hilft mir. Nice Weapon, mein Freund. Ah, danke. Ich muss mich bandageieren. Du hier allein? Okay, ähm. Ja, ich bin allein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Check your Pulse. Bandagen? Bandagen? Kannst du es nicht damit heilen? Was ist denn Wasser-Waterpulch-Vacation-Tabletts? Was bringt mir das? Oh. Okay. Okay. There's a Purification-Tabletts. And if you don't trust me, we can go. Okay, I trust you. Okay, I trust you. Eh, warte mal kurz. Ich hatte Sigurd mit einem hier. And... Oh. Der Zombie. What is this weapon? Oh mein Gott. AK, I think. That's an AK-101. Ah, okay. With a Suppressor. Okay. Sounds... Very good. Very good. You see anybody else running around through Alec? Eh, yes. At the fire station, five minutes ago. But he was friendly and... Ah, ich nehme das einfach in der Hand. Okay. Ich glaube, wir sind mit dem Ding in der Hand. Ich kann mich zwar nicht wehren, aber... Ähm... Did you have... Had a friend in Berezina? Ein gelber Bob der Baumeisterhelm. Ich glaube, ich greif mich nicht. No, I'm all about myself right now. Okay. Wie geil ist das denn? Der wahre Bob der Baumeisterhelm. I came down here to meet a friend, and we, uh... He logged off. So, just kinda hanging out. Okay. Okay. And where are you from? Es ist ein feind bei Ankathes. Dann Smiley, dann Hurensohn, dann Guten Morgen, dann Heil, dann Love You. Okay. Okay. From Germany. Oh, gotcha. Irgendwieder geile Jacken. Geile Jacken? So, okay, um... Was ist besser? Ein Trenchcoat? Äh, Wuhlcoat oder so? Besser wirst du nicht denken, wie es so geil aus ist. Oh. Really? Okay. Goal! Wie geil hältst! I mean, I'm gonna trust you, nachdem du in the back with it. No, no. Oh, no. Oh, no. Ja, aber was ich hier alles finde, ist ja krank. Okay. I'm a friendly... Player. Oh, unfortunately, I don't... I don't have any food or anything to help me out with. Okay. Okay. Um, wait a second. My friends in TeamSpeak are very loud. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Oh, wait. Okay, can you repeat it? Okay. Um, unfortunately, I don't have any food or anything I can give you. I, I'm pretty low myself. That's actually why I was coming into town, to see if I can find some food. Okay. Um, I, I think you search for loot, okay? Um, my English is not the best, sorry. That's okay. Um, I think in Electra is not very, a lot of loot. But I want to go to V-Bor, military base. Yeah, I, I, I don't think there would be, unfortunately. Yeah. It's usually picked pretty clean, unfortunately. Yeah. It's... I'm very surprised if you manage to find any food or anything. Uh, you want to find food here? Oh. What? Um, kind of. Okay. I was gonna come down here and do some bandit hunting, but if you have heard any gunshots or anything in Electra, I'm kind of just wasting my time, I guess. Ah, okay. Um, I think it's a German server, or? Yeah, I, I assume so. Okay. So, I, I don't know how many conversations I'm gonna be having. Yes. Oh, the zombie on the hill. Oh, no. Okay. It's, it's okay. Okay. Um, I want to go to their field. Um, and yeah. Okay. Thanks. Good luck, man. Yes. Good bye. Okay. Now, don't be, don't be shooting helpless people with that. Yes. That's for self-defense. Okay. Have a good one. Oh. Why? 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 What? 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 I'm a badbie. Fuck you Bitch No, go away Da drüben rennt er und ich kann nichts tun Ey, Asshole, you can't kill me, please Here, kill me I want to die Come on I don't want to kill you, come on, you can kill me No, no, no Friendly, friendly Yeah, friendly, I think, yeah Five minutes ago, you shoot me Three times And you hit me I'm bleeding, that's not good So ein Arsch, no Vielleicht killt er uns ja jetzt Keine Ahnung, was er jetzt macht, wenn er uns einfach killt, ist okay, wenn nicht, dann killen wir ihn, weil ich hab ja noch ne Waffe Das denkt er ja nun nicht The zombies are away, I think Ja, jetzt müssen wir ihn ein bisschen verfolgen Außer, okay, das Are you want to die? Yes I'm bleeding All of my stuff is ruined I don't need, I don't want to live in this world Okay Okay What? I'm a survivor, haha Oh Bye Wieso werde ich gleich aufhören, ich renne jetzt ganz kurz zur Statue, und dann Tag mal, ich bin ein bisschen weiter hier Mach den zum mir jetzt kalt, ey Nein Bleib am Leben Jonas Harten Aber und erst Gut, okay Ähm Okay, du bist, ähm Geh mal zurück zu den Marktplatz mit den Staaten, mit der Statue, ja? Gehst du irgendwo ein Typ? Ja, no, no, my friend Äh, mehr hatte ich kühlt Mich hat einer getötet Welcher denn? Mit, äh, mit so einer blauen Jacke, alter Ich hab mich so erschrocken Schrocken Seid